Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Von Aristoteles zur Stringtheorie. Galilei wuchs als Novize im Kloster auf. Sollte ihm trotzdem nichts helfen am Ende. Nach seiner bahnbrechenden Beobachtung der Jupitermonde. Sie kennen die Geschichte, er hatte ja natürlich große Probleme. Das war 1610, als er diese Beobachtung machte. Er hatte ein viel besseres Fernrohr selbst gebaut, als er es jetzt Lippe bauen konnte. Am 7. Januar, übrigens, am 8. Januar, tags darauf, hat ein Deutscher durch ein Fernrohr geblickt und auch die Jupitermonde dokumentiert. Simon Marius. Und die beiden waren anschließend verstrickt in einem Plagiatsvorwurf und Prozess. Eine längere Geschichte. Tatsache ist auf jeden Fall, der Jupiter, so viel war klar. Vier Monde konnte man sehen. Heute wissen wir, es sind 67. Aber die vier großen waren sichtbar und offensichtlich drehen sich die um den Jupiter herum. Sie bilden ein eigenes System. Und das hat dann Galilei doch nachdenken lassen. Er meinte, okay, dann wäre es doch denkbar, dass das das Grundprinzip ist. Dass es also immer irgendwo die Sonne zum Beispiel im Zentrum gibt und die Planeten drumherum kreisen. Die ganze Geschichte endet damit, dass er widerrufen muss. Ich meine, Giordano Bruno war geweihter Priester und wurde am Scheiterhaufen verbrannt. Also es war sicher eine gute Entscheidung, hier zu widerrufen. Und das war übrigens einer der größten Beiträge der katholischen Kirche zur Wissenschaft. Anschließend Galilei zum Hausarrest zu verurteilen. Der war eingesperrt bis an sein Lebensende zu Hause. Und was macht ein Galileo Galilei eingesperrt zu Hause? Naja, er hat alles dokumentiert, was ihm aufgefallen war über diese Welt. Er hat Experimente aufgebaut. Er hat eigentlich dadurch begründet, was wir heute moderne Wissenschaft nennen. Beispielsweise war ihm aufgefallen, wenn Körper fallen. Das war ja immer noch ungeklärt. Aristoteles zum Beispiel war der festen Überzeugung, okay, je schwerer so ein Ding ist, umso schneller fliegt es zu Boden. Wenn Sie also zwei Massen haben, unterschiedlich ausgeprägt, okay, dann wird die schwere Masse schneller fallen. So war bis dato der Stand der Dinge. Und da gab es aber schon ein Gedankenexperiment. Und das hat ganz klar gezeigt, da gibt es ein Problem. Wenn Sie nämlich jetzt zum Beispiel zwei solche Körper mit einem ganz dünnen Faden verbinden würden, oder mit einer dünnen Stange, dann würde der eine schneller fallen als der andere. Das heißt, der Leichtere würde ihn hemmen. Das ist erstmal eigenartig. Das würde nämlich bedeuten, dass dieser zusammengesetzte Körper aus diesen beiden, dieser Körper hätte ja eine höhere Masse als dieser Körper alleine, durch dieses Hemmen langsamer fallen müsste, als als die Orange für sich. Also da war schon mal klar, hier stimmt was nicht. Und Galilei wird es jetzt auf eine völlig neue Dimension heben. Motiviert durch das Gedankenexperiment von Benedetti begann Galilei jetzt ein Experiment aufzubauen. Das Dumme ist, oder war, wenn so ein Körper zu Boden fällt, dann geht das einfach wahnsinnig schnell. Und die Zeitnahme war schwierig. Da gab es keine Stoppuhr. Also hat er alles Mögliche versucht. Er hat zum Beispiel sich überlegt, aha, wenn ich also mit einem Feld der Wasser ausfließen lasse und das dann anschließend wiege, dann könnte ich das als Uhr verwenden oder ich könnte meinen Puls zählen. Noch besser finde ich eigentlich die Geschichte mit den Trommlern, hat also einen professionellen Trommler engagiert und hat dann anhand dieser Frequenz, dieser Trommelfrequenz, Zeiten ermittelt. Schließlich wurde ihm klar, naja, so wird er das Problem nicht lösen. Wenn er das genau messen will, wie Körper fallen, dann muss er eine Zeitlupe erreichen. Und das ist eigentlich die geniale Idee gewesen, zu sagen, okay, wenn das Ding so fällt, geht es mir zu schnell. Also lasse ich es doch einfach mal eine schiefe Ebene hinunterrollen. Den Winkel kann ich einstellen. Dann wird es immer langsamer, immer langsamer das Teil. Und dann betrachte ich diese Bewegung und überführe sie dann in eine schiefe Ebene mit 90 Grad. Nichts anderes ist ja der Freifall. Tatsächlich spielt es natürlich eine Rolle, ob das Ding sich dreht oder ob es fällt, aber immerhin, im Rahmen dieser Messgenauigkeit war das schon mal toll. Da gibt es übrigens die Geschichte, er hätte das am schiefen Turm von Pisa gemacht, das ist Quatsch. Also das wäre alles nicht machbar gewesen. Er hat das natürlich mit diesen schiefen Ebenen bei sich zu Hause gemacht und dabei ist ihm jetzt Folgendes aufgefallen. Wenn so ein Körper fiel in der ersten Zeiteinheit, also meinetwegen jetzt bis hierher, das war jetzt eine Entfernung 1 aus der Nulllage. Und dann hat er dieselbe Zeit wieder gemessen und dann hat er jetzt hier plötzlich ungefähr diese Entfernung. 4. 4 mal diese ursprüngliche. Und schließlich waren es dann 9 und 16. Also Sie merken, die Abstände nehmen immer weiter zu. Irgendwann waren es dann 25, und so weiter. Und jetzt erkannte er, dass diese Differenz, also wenn ich jetzt hier einfach mal sage, okay, wir haben ja 3, wir haben ja 5, hier haben wir 7, hier haben wir 9. Also immer die Differenz zwischen zwei Bereichen, die wuchs um eine Konstante. die erhöhte sich jetzt immer um 2. Und das war spannend. Weil das ist hier einfach der Weg, der Weg, den die Masse jetzt fehlt. Und dieser Weg, der wuchs offensichtlich in irgendeiner Form quadratisch. 2 mal 2 ist 4, 3 mal 3 ist 9, 4 mal 4 ist 16. Diese Differenz, die erhöhte sich um einen konstanten Beitrag. Was ist diese Differenz? Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der der Körper fällt, erhöht sich konstant. Das war die Erkenntnis. Er hat also festgestellt, wenn ich so einen Körper fallen lasse, also einmal habe ich so etwas wie dieser Weg, den der Körper fällt, das ist dann so etwas wie eine Konstante, die nenne ich jetzt mal ein Halb A. Und es geht quadratisch mit der Zeit. Und er erkannte die Geschwindigkeit, mit der so ein Objekt fällt. Das geht mit der Zeit, auch mit einer Konstante. Und aus dieser Überlegung heraus, lange vor Infinitesimalrechnung, bevor man irgendwas ableiten konnte oder machen konnte, also ein Jahr nach Galilees Tod erst wird Isaac Newton geboren, der dann diese Dinge natürlich wesentlich eleganter gerechnet hat durch Differenzation dieser Funktionen. dem klar war, dem klar war, dass die Änderung des Ortes mit der Zeit eben die Geschwindigkeit ist. Aber Galilei war es hier schon klar, dass sich beim freien Fall die Strecke mit der Zeit quadratisch ändert und die Geschwindigkeit konstant zunimmt. Also das ist schon mal großes Kino aus meiner Sicht. Diese Geschichte mit dem 1,5 übrigens, das sieht man auch sehr schön daran, wenn Sie hier mit einer Konstante wachsen, eigentlich nehmen Sie ja, um die Strecke zu messen, die mittlere Geschwindigkeit. Und die mittlere Geschwindigkeit, da schleppen Sie sich dann diesen Faktor 1,5 ein. Das ist eigentlich der Punkt. Aber okay. Das hier. Newton wird es später wesentlich eleganter rechnen. Er wird einfach sagen, okay, das ist der Ort und die Geschwindigkeit ist die Ableitung des Ortes nach der Zeit. Also er wird einmal so etwas sagen wie dx nach dt also die Änderung des Ortes in Abhängigkeit von der Zeit. Dann leiten Sie das hier einfach nach t ab. Das ist jetzt hier der Punkt, wo wir mal differenzieren. Das zeige ich Ihnen hier an diesem ganz einfachen Beispiel, um Sie zu motivieren, sich das selber anzuschauen, falls Sie das nicht mitbringen. Was wir hier kriegen? Wir kriegen zwei t. Der Zweier geht mit dem Einhalb weg und was hier bleibt ist dann a mal t. Man schreibt es dann auch gerne als x-Punkt. Geht auch auf Newton zurück. Das heißt, mit dem Punkt wird immer die Ableitung nach der Zeit betrachtet. Ich fürchte, jetzt wird es höchste Zeit für einen Einschub. Weil wer noch nie was von Ableitungen gehört hat, für diejenige oder denjenigen, möchte ich ein bisschen Hilfestellung liefern. Und solche Dinge, solche Zusatzinfos, die werden wir natürlich immer brauchen. Spätestens dann, wenn es mal rein in die Quantenmechanik geht. Und dafür habe ich mir diese virtuelle Tafel gebastelt und überlegt. Also hier werden wir bestimmte Begriffe detaillierter betrachten und wer immer mit diesen Begriffen schon vertraut ist, der kann es dann einfach getrost überspringen. Also ich werde das hier oben immer anschreiben, worum es geht und wem selbst damit nicht geholfen werden kann, der findet dann vielleicht noch einen letzten Rettungsanker in unserem Forum. Da ist eine eigene Kategorie von Aristoteles zur String-Theorie. eingerichtet. Ab und zu werde ich hier auch mal Dinge einblenden, die weiterführen. Also die jetzt wirklich für Freaks gedacht sind, sage ich mal. Dann blende ich einen roten Rahmen ein. Also damit Sie wirklich sehen, optisch auch Achtung, das ist jetzt nicht notwendig, um den roten Faden zu halten, sondern das ist jetzt wirklich darüber hinausgehende zusätzliche Information. Konstellation. Und wenn es richtig, richtig heftig wird, damit mir hier ja keiner verschreckt wird, blende ich dann hier unten rechts dieses Warnschild ein. Aber davon sind wir jetzt noch ein Stück entfernt. Also wir haben jetzt hier nochmal diese ganz normale Konstellation. Was ist jetzt also so wichtig an diesem Begriff der Ableitung? Also warum spielt das eine zentrale Rolle in der Physik? Ich zeichne uns hier mal ein Koordinatensystem ein. Und dann trage ich einen beliebigen Funktionsverlauf ein. Das könnte jetzt zum Beispiel das Profil einer Bergwanderung sein. In der Art. Es geht also relativ flach los. Hier unten bei 0 auf dem Nullniveau. Und dann wird es ja immer steiler und steiler und steiler den Berg hoch. Also wir nennen das hier einfach mal vielleicht Y. Und diese Größe hier, die nenne ich einfach mal X. Das heißt, ich gehe X Schritte in irgendeine Richtung und dann schaue ich um wie viel Höhe gewinne ich auf meiner Bergwanderung. Jetzt kann man sich überlegen an einer beliebigen Stelle, was passiert eigentlich wenn ich einen weiteren Schritt mache auf meiner Wanderung? Ich trage das hier mal ein. Also ich mache einen Schritt in X-Richtung und dann stellt sich die Frage um wie viel Höhe gewinne ich jetzt eigentlich? Mache ich vielleicht in einer anderen Farbe. Also das wäre jetzt hier so eine Differenz in Y die ich das hier mal eintrage so wie in D Y und hier unten das war die Differenz in X und dasselbe kann ich mir an irgendeiner beliebigen anderen Stelle überlegen. Also ich gehe hier an irgendeiner anderen Stelle wieder ein Stück nach rechts natürlich in derselben Länge das ist wichtig das ist ja genau der typische Schritt den ich hier mache auf meiner Wanderung und dann stelle ich mir die Frage zu einem späteren Zeitpunkt wie viel Höhe gewinne ich denn jetzt eigentlich hier? da stelle ich fest aha jetzt habe ich hier ein bisschen gepatzt wie viel Höhe gewinne ich hier im Vergleich? deutlich mehr also das TX ist immer das gleiche aber ja logisch es geht hier steiler rauf wenn es steiler rauf geht heißt es dass ich pro Schritt mehr Höhe gewinne dann machen wir das Spiel nochmal zum späteren Zeitpunkt beispielsweise von hier aus gehe ich wieder einen Schritt nach rechts in derselben Länge und überlege mir wie viel Höhe habe ich jetzt gewonnen dann sehe ich aha das ist viel mehr als hier vorher also dieses DY nimmt hier offensichtlich zu ist auch zu erwarten weil es hier eben immer steiler bergauf geht und deshalb immer mehr Höhe pro Schritt zu überwinden ist mit diesem Verhältnis von DY nach DX bekommen wir also an jedem Punkt dieser gelben Kurve dieses Verlaufs eine Aussage darüber wie stark sich die Kurve hier ändern wird wenn man sich ein bisschen weiter bewegt also wie steil es hier abgeht man nennt es auch die Steigung völlig analog zu unserem Beispiel mit dieser Bergwanderung und ganz allgemein schreibt man es dann eben jetzt hier als DY dividiert durch DX oder nach DY nach DX wie man das spricht und das ist jetzt eben wenn der ursprüngliche gelbe Verlauf eine Funktion F war dann nennt man das hier F' von X um das zu kennzeichnen und das gilt natürlich ganz allgemein also es muss ja jetzt nicht eine Funktion Y von X sein ich könnte hier die Achsen genauso gut anders beschriften was ich jetzt auch mal tue muss ich natürlich auch hier neue Bezeichnungen einfügen wir wollen ja auf das Beispiel hinaus von von Galilä und der hat ja hier eine durchfallende Höhe beobachtet in Abhängigkeit der Zeit also ich benenne das hier wieder in Abhängigkeit der Zeit international nennt man das T für Time und hier könnte ich jetzt Höhe schreiben oder was auch immer also man nennt es hier einfach auch X dann kriegen wir also hier unten eine Funktion X von T ich wische hier nochmal weg und schreibe es richtig an hier haben wir jetzt einen Verlauf X von T entsprechend haben wir hier jeweils ein DX und das Grüne hier wäre jeweils ein DT und das können wir jetzt an jedem beliebigen Punkt natürlich machen an jedem Punkt dieser gelben Kurve können wir diesen Quotienten bilden und damit die Steigung und das könnten wir auch in einem eigenen Diagramm zusammentragen ich mache uns hier mal Platz und dann machen wir ein neues Koordinatensystem machen wir hier her und darin tragen wir jetzt all diese Differenzen Quotienten ein wie sieht jetzt der Verlauf aus wenn ich das hier eintrage also bei der 0 wie ist hier die Steigung offensichtlich 0 die gelbe Kurve verläuft hier waagerecht das heißt die Steigung ist 0 und diese Steigung nimmt jetzt so ganz allmählich immer weiter zu kontinuierlich das heißt wir müssen hier bei 0 beginnen offensichtlich und dann geht es ja ganz kontinuierlich hoch das wäre der Verlauf wir haben also an jedem Punkt jetzt die Ableitung eingetragen nämlich dieses dx nach dt und weil man das so häufig braucht gibt es dafür eine eigene Bezeichnung man nennt es x-Punkt wie gesagt geht zurück auf also halt Newton und was ist das jetzt eigentlich also was heißt das dass sich der Ort ändert in Abhängigkeit der Zeit das ist die Geschwindigkeit wenn sie sich mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen dann kommen sie von einem Ort zum nächsten also was wir hier im Endeffekt haben das ist die Geschwindigkeit v für Velocity in Wirklichkeit haben wir also hier die Geschwindigkeit v eingetragen in Abhängigkeit der Zeit wie sieht es jetzt aus wenn ich von dieser Geschwindigkeit wieder die Ableitung bilde also wenn ich hier wieder Dreiecke einzeichne diese Dreiecke die sind alle gleich groß zumindest wenn ich sie gut einzeichne das heißt die Steigung dieses Verhältnisses ist hier immer dasselbe es ist ja auch nahezu eine Gerade das heißt wie sieht es jetzt aus in einem Diagramm ich mache uns hier mal ein neues Koordinatensystem natürlich ist es hier wieder die Zeit die wir auftragen und was wir jetzt haben das ist sowas wie wir wollen jetzt dv nach dt dafür schreibt man x2 Punkt also zweimal abgeleitet x nach der Zeit und was ist das wenn sich jetzt die Geschwindigkeit mit der Zeit ändert na das ist die Beschleunigung offensichtlich muss hier jemand Gas geben damit sich die Geschwindigkeit ändert man nennt es hier a nach Accelerate wir haben also hier die Beschleunigung aufgetragen und die ist immer gleich die Steigung hier entlang dieser Linie die ist immer die gleiche und das ist es ja auch was Galilei entdeckt hat dass die Beschleunigung hier konstant ist also bleibt das hier auf einem Wert und das Gesamtkonzept das ist es jetzt was die Ableitung in der Physik so mächtig macht Galilei musste das alles noch beobachten er musste schauen aha wie weit fällt ein Gegenstand in einer bestimmten Zeiteinheit und er musste auch mühsam dann diese Geschwindigkeit herausmessen mit all diesen Problemen und er musste mühsam erkennen dass die Geschwindigkeit um einen konstanten Faktor wächst um einen konstanten Beitrag Newton wird hier wesentlich mächtiger vorgehen können weil er dieses Konzept der Differenzialrechnung entwickelt hat er wird allein aus einer solchen Bewegungsgleichung also allein aus einer solchen gelben Kurve heraus in der Lage sein die Geschwindigkeit abzuleiten im wahrsten Sinne des Wortes und daraus dann jederzeit auch die Beschleunigung zu ermitteln und wenn erstmal klar wird dass die Kraft Masse mal Beschleunigung ist dann ist man hier schon ganz dicht dran an der Kraft die letztendlich diese Bewegung herbeiführt wie sieht die Berechnung jetzt konkret aus also für Galilei ist es klar er lässt einen Gegenstand fallen eine bestimmte Höhe x wird ermittelt und was er eigentlich sieht ist sowas wie na klar um diese Höhe x zu fallen gibt es eine Geschwindigkeit v mal t und das ist eine mittlere Geschwindigkeit die ihr hier seht er hat ja den Gegenstand anfangs in der Hand also wie ermittelt sich diese mittlere Geschwindigkeit das ist hier nichts anderes als die Anfangsgeschwindigkeit das ist 0 plus die Endgeschwindigkeit das ist v und davon die Hälfte das ist die mittlere Geschwindigkeit und die muss er dann mal t nehmen er weiß aber auch dass dieses v wiederum das war a mal t also was er hier wirklich erhält die 0 fällt natürlich weg ist sowas wie ein Halb mal so a mal t mal t gibt t Quadrat das ist die fundamentale Beziehung für die Vollstricke und daraus können wir jetzt ganz einfach mit unserem Konzept der Ableitung die Geschwindigkeit und die Beschleunigung nochmal hier ausrechnen zur Kontrolle ich mache hier mal der Übersichtlichkeit halber wische ich hier mal die Tafel kurz ab so wir nehmen also x Punkt wie rechnen wir das aus da gibt es feste Regeln wenn wir so einen Ausdruck haben irgendwas hoch 2 hoch 3 hoch und so weiter also ein Polynom dann ist die Regel folgende man nimmt die Hochzahl des Polynoms nach vorne also 2 mal alles andere bleibt wie gehabt 2 mal hier haben wir jetzt 1 halb mal a mal t und das Polynom selber diese Hochzahl die wird um 1 erniedrigt also hätten wir hier sowas wie hoch 1 müssten wir gar nicht hinschreiben 2 mal 1 halb wird sich auch wegkürzen also wische ich das hier mal wieder weg das kürzt sich die 1 brauchen wir nicht und voila es steht genau da die Geschwindigkeit ist a mal t wenden wir jetzt die selbe Regel ein weiteres mal an hätten wir also sowas wie x2 Punkt beim Polynom war also die Hochzahl die 1 jetzt habe ich sie schon weggewischt nach vorne einmal a dann t hoch und die Hochzahl um 1 erniedrigt also hoch 0 jede Zahl hoch 0 gibt 1 es bleibt also bei x2 Punkt gleich a x2 Punkt ist die Beschleunigung ich hoffe das grundlegende Prinzip der Ableitung ist damit ein bisschen klarer geworden für all diejenigen die das noch nie gehört haben wir brauchen auch tatsächlich nur diese ganz einfachen Zusammenhänge für das weitere Verständnis also lassen Sie sich bloß nicht entmutigen natürlich es ist hilfreich wenn Sie sich selber ein bisschen damit beschäftigen mit diesen Dingen aber wie gesagt das ist als Rüstzeug jetzt erstmal ausreichend eine Sache wollte ich abschließend noch beichten ich habe eine kleine Vereinfachung vorgenommen dafür mache ich aber jetzt hier mal einen roten Rahmen erstmal und zwar wenn Sie sich vielleicht anderweitig mit Ableitungen beschäftigen dann werden Sie feststellen eigentlich macht man hier erstmal einen endlichen Wert mathematisch korrekt und bildet dann einen Grenzübergang für infinitesimal kleine Werte aber für unser Verständnis reicht jetzt hier mal diese Vereinfachung und ich wollte es jetzt nicht unnötig verkomplizieren offen gesagt ist mir nicht klar wie schwierig solche Geschichten jetzt sind und ich hoffe dass Sie mir da ein bisschen Rückmeldung geben damit ich weiß wie wir weiter vorgehen wie detailliert ich sowas dann erkläre beispielsweise ich wäre jetzt einfach mal der Hoffnung dass diese Konstruktion verständlich ist auf unserem Planeten ist es natürlich nicht ganz so einfach festzustellen dass zwei Massen mit derselben Geschwindigkeit fallen weil naja wir leben in einem Luftmeer das wir Atmosphäre nennen und das bremst natürlich jetzt entsprechend je nachdem wie der Körper geformt ist und solche Geschichten also wo geht man hin um das zu messen oder zu veranschaulichen naja irgendwo hin wo weniger Luft mehr vorhanden ist zum Beispiel auf dem Mond und es wurde tatsächlich gemacht wie eine Originalsequenz einer der Apollo-Mission Well in my left hand I have a feather in my right hand a hammer and I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields and we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon and so we thought we'd try it here for you the feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon and I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time how about that Mr Galileo was correct in his findings Auf der Suche nach einer geeigneten Möglichkeit Zeit zu messen da ist Galileo auch auf das Pendel gestoßen und es ist ihm aufgefallen dass es keine Rolle spielt wie schwer die Masse war die ja an diesem Faden hing das Teil hat immer wenn die identische Länge des Fadens verwandt wurde dann war sowohl diese schwere Masse als auch so eine leichte Masse die hat immer gleich lange gebraucht für einmal hin und her das ist faszinierend und es war auch egal wie weit er ausgelenkt hat also man würde meinen wenn sie weit auslenken dann dauert es länger er hat also gesehen diese Schwingungsdauer die hängt nur von der Länge des Fadens ab toll und an der Stelle würde ich gerne diesen Zusammenhang herstellen weil hier lernen wir etwas was wir brauchen werden um größere Theorien zu knacken also erstmal mache ich eine kurze Skizze wir haben also hier das wäre die Ausrichtung und jetzt lenken wir ein Stück aus und dann lassen wir das Ding hier mal schwingen und an diesem Punkt da wäre jetzt eine gewisse Beschleunigung nach unten kann man sich hier mal grün einzeichnen ich nenne das mal G und natürlich gibt es auch eine gewisse Beschleunigung hier zurück zur Mitte klar die nenne ich jetzt einfach mal A radial vielleicht so und dann nehme ich einfach dieses Dreieck und dann sehe ich aha hier gibt es einen Winkel Alpha und der Winkel Alpha der taucht auch hier unten wieder auf Stufenwinkel und damit kann ich die beiden in Beziehung setzen ich sehe also dass diese rücktreibende Beschleunigung die wäre jetzt G mal Sinus Alpha und hier könnten wir das jetzt auch wunderbar ausrechnen wenn nicht der blöde Sinus wäre also Galilei hat ja schon mal gezeigt aha diese Dauer diese Schwingungsdauer die hängt jetzt einfach nur da gibt es einen Vorfaktor der ist nicht so spannend und dann geht es praktisch hier nur Wurzeln aus dieser Länge und dieser Gravitation wie wir heute wissen was ihr eben noch nicht wusste die nach unten zieht und wir könnten jetzt hier diese Beziehung auch wunderbar rechnen wenn dieser blöde Sinus weg wäre warum kann man jetzt für kleine Winkel für kleine Auslenkungen tatsächlich den Sinus Alpha ersetzen ungefähr mit Alpha für kleine Winkel wohlgemerkt und das das wird uns eine neue Tür öffnen das würde ich Ihnen gerne ausführlich zeigen dafür gehen wir am besten wieder in unsere virtuelle Tafel ich habe also die Skizze hier nochmal ein bisschen schöner gemacht wir haben also eine Auslenkung um einen Winkel Alpha wir lenken diese Masse aus und dann gibt es eine rücktreibende Kraft die nenne ich jetzt nur noch A die wird natürlich bestimmt hier durch die Anziehung und dieser Winkel Alpha naja klar der tritt hier wieder auf und dann sieht man schon mal sehr schön aha A könnte man hier jetzt unten nochmal auftragen und dann hätten wir ein Sinus Alpha wäre also hier A durch G und deshalb kriegen wir hier sehr schön dann diese Beziehung wie bekommt man überhaupt einen Sinus jetzt grafisch also diese Masse hier die würde jetzt hier so ganz allmählich hin und her schwingen das könnte ich jetzt hier endlos betrachten oder ich könnte das Ganze zeitlich auflösen indem ich jetzt ganz langsam zusätzlich auch nach oben gehe und wenn ich das tue dann erhalte ich genau diese Funktion schöner aufgetragen in einem Diagramm sieht es dann so aus das ist jetzt diese Sinusschwingung wir haben also hier eine Schwingung und die lösen wir hier zeitlich auf wir haben also hier aufgetragen Alpha und hier diese jeweilige Auslenkung vom Nullpunkt entfernt dann war jetzt A gleich G mal Sinus Alpha Tja und Galilei der wusste gar nichts von dieser ganzen Sinusgeschichte und der war offensichtlich sehr erfolgreich in seiner Beschreibung bei der er einfach angenommen hatte diese rückstellende Beschleunigung die ist linear hängt also einfach nur davon ab wie weit ich hier auslenke da war also irgendwie sowas in der Art natürlich könnte ich jetzt hier diese Konstante wieder mitnehmen dann hätte ich hier sowas wie ungefähr gleich G mal Alpha also wieso kann man hier einfach den Sinus Alpha ersetzen durch Alpha das wäre doch toll wenn wir da allgemein irgendwie kompliziertere Begriffe kompliziertere Terme ersetzen könnten mit ganz einfachen Termen und genau deshalb möchte ich das zeigen das Verfahren nennt sich ganz allgemein Linearisierung Linearisierung bedeutet wir ersetzen einen Verlauf durch eine Gerade und die wählen wir natürlich jetzt möglichst geschickt das heißt natürlich lassen wir die Gerade durch einen Punkt gehen durch den die Funktion auch geht also hier durch den Nullpunkt beispielsweise und dann nehmen wir genau diese Steigung die jetzt dieser Verlauf eben an dieser Stelle hat ich zeichne das hier mal ein Rot das wäre jetzt eine Gerade mit genau dieser Steigung im Nullpunkt und wie bekommen wir genau diese Steigung na durch die Ableitung wieder das heißt wir nehmen diesen Funktionsverlauf wir leiten den hier an dieser Stelle die uns interessiert ab und nehmen dann eine Gerade mit genau dieser Steigung und dann schauen wir wie gut dieses Verfahren taugt dann können wir unangenehme Terme hier ersetzen das kann natürlich mal besser und mal schlechter funktionieren und wir sehen auch schon mal der Sinus beispielsweise hier hinten wird sich natürlich ganz wesentlich von dieser roten Kurve unterscheiden klar die geht jetzt hier immer weiter und der Sinus geht einen völlig anderen Weg aber für ganz kleine Bereiche für ganz kleine Auslenkungen diejenigen die Galilee wirklich interessiert haben da ist das Verfahren offensichtlich sehr gut ich mache jetzt mal folgendes ich blende jetzt einfach mal diesen Verlauf aus wenn Sie gar nicht wüssten wie der hier weiter geht dann würden Sie mir zustimmen innerhalb dieser schmalen Grenzen funktioniert es toll den Sinus weiß zu ersetzen durch rot diese Gerade man sieht den ursprünglichen Sinus kaum mehr daran sehen wir natürlich auch gleich mal die Schwäche des Ganzen also wenn wir jetzt den Block ein bisschen weiter schieben bis hier ja beispielsweise und entsprechend den linken Block ein Stück weiter schieben dann sehen wir naja wenn wir uns zu weit entfernen dann bekommen wir schon mal einen Fehler wenn wir hier nur 30 Grad auslenken dann ist der Fehler kleiner 2% selbst bei 90 Grad Auslenkung da wäre der Fehler jetzt 18% also so weit wollen wir natürlich nicht gehen das heißt wir betrachten ungefähr diesen Bereich und innerhalb dieser Grenzen ist das Ersetzen absolut erfolgreich und legitim kleine Auslenkungen dieser Masse führen dazu dass diese rückstellende Beschleunigung linear sich verhält mit der Auslenkung selber und mit diesem Verfahren werden wir ganz allgemein unangenehme Terme ersetzen möglichst geschickt durch einfache Terme Linearisierung was nehme ich jetzt als Schlusswort für diese Geschichte mir würden zwei Dinge einfallen einmal hat mir sehr gut gefallen was Tycho Brahe an einen Eingang seines Observatoriums geschrieben hat oder in Stein gemeißelt hat und zwar hat er geschrieben weder hohe Ämter noch Macht überdauern einzig die Zepter der Wissenschaft wunderbar oder weil wir von Galilei gesprochen haben da finde ich schon bemerkenswert es gibt Irrtümer die überdauern die Zeit und es gibt Irrtümer die werden korrigiert wissen Sie wann die Kirche das Unrecht widerrufen hat dass sie Galilei angetan hat was denken Sie es war es war 1992 359 Jahre nach dem Unrecht hat die katholische Kirche anerkannt dass sie Galilei zu Unrecht verurteilten also es ist nur eine Frage der Geduld bis man Recht erfährt Das war so ein Jesus 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 Untertitelung des ZDF, 2020